Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute werde ich alle abschließenden Kopfgeldquests erledigen. Das sind insgesamt noch 5 Stück. Bevor es aber dort losgeht, wird erst einmal gelabelt. Wir haben Level 16 und somit ein neues Power Level geschafft. Bei Palegina. Improved Critical ist auf jeden Fall ein recht wichtiges Skill, aber hier nehme ich die Verbesserung des Schildes und den Improved Critical, also plus 10 Crit Damage, den nehme ich auf der Paladin Seite bei ihr. Und es gibt auch noch eine Waffe, gut, irgendwas Neues auswählen. Jetzt nicht mehr so wichtig, ich nehme hier mal noch die Flail. Refreshing Defense war es eigentlich. Und ich ersetze dann im AI-Skript auch gleich das schwächere Schild mit der Refreshing Defense, bzw. habe es anscheinend vorher schon gekocht. Gut, dann kommen wir zu Remora. Der braucht jetzt dieses Schild eigentlich nicht, aber Improved Critical braucht er dann auf jeden Fall und das nehme ich jetzt hier auf der Fighter Seite. Und auf der Mönchseite wähle ich Turning Wheel, plus 2% Burn Damage pro Wunde, plus 1 Intellect pro Wunde auf sich selber, eine Verbesserung. Der erste Aura, die er hatte, auch Maya als Multiclass kommt in ein neues Power Level, aber hier auf der Ebene ist wenig zu finden eigentlich. Zweifel of the Fittest ist sehr, sehr schön, plus 10 Accuracy gegen Targets, die unter 50% Leben haben. Einfach eine höhere Trefferchance dann. Das nehmen wir auf jeden Fall und auch, wie immer bei die BS-Klassen auf dieser Stufe, Improved Critical. Ja, aber hier gibt es auch nicht mehr so viel auszuwählen. Ich nehme hier zur Vorstellung der Firearms die Pistole, auch wenn ich sie nicht mehr einsetze. Schauen wir mal, was Alot und, äh, was Tekeho hier noch liefern kann auf dem neuen Power Level. So sing you, biting winds, old airy nary. Ganz nett, kann man mal einsetzen. Und auf der Seite des Droiden gibt es hier auch noch einen schönen Heilspruch. Aber ich wähle hier erst einmal Improved Critical. Okay, also das habe ich jetzt bei 4 oder 5 Chars durchgezogen. Und dann auch noch bei Alot. Hier kontrolliere ich nur mal ganz schnell, welche Sprüche es schon gibt auf dem Ding. Ich habe hier Wilting Wind und Major Grimoire Imprint. Und nochmal Wilting Wind und die Color Cods Freezing Rake. Ich kontrolliere das einfach nur, damit ich das jetzt beim Level Up nicht wähle. Weil ich es ja eh schon aus einem Grimoire zur Verfügung habe, den Spruch. Das ist also, den habe ich, den habe ich und den habe ich. Und ich wähle hier die Wall of Many Colors. Die ist ganz nett. Die bildet so eine Mauer und wenn er in der Natur läuft, dann kriegt er ja zufällig einen dieser, ähm, ja, Damage und Effekte und auch die Penolita Piercing. Sie ist hier sonst nett. Deswegen nehme ich auch die. Man sieht halt, auf der passiven Seite gibt es eigentlich nichts mehr wirklich. Und auch er braucht zum Abschluss nochmal eine Waffe. Gut, nach dem Leveln aber jetzt zu den letzten fünf Kopfgeldquests von Barati. Der steht im Königstempel von, in der Serpent Crown, in Nekitaka, der hat drei Piratenquests für uns. Die Chila ist unser Freund, der in Nekitaka, in Nekitaka, in Nekitaka, in Nekitaka. Die Chila ist unser erstes Ziel. Die Chila soll sich südlich von Nekitaka befinden. Und das war auch in dem Fall der Fall, also ziemlich nah sogar an Nekitaka, wobei ich weiß, dass sie sich ziemlich weit herum bewegt. Und die greife ich auch an. Sie ist nur ein Level-5-Gegner, also recht einfach und hat auch nur hinten und vorne eine Kanone und auch wenige Leute das Problem, das ich bei ihr hatte, dass sie voll auf mich losging. Wie man jetzt hier auch schon sehen kann, sie hat ein verdammt schnelles Boot. Sie kommt innerhalb kürzester Zeit ganz nah an mich ran. Das heißt, ich kann zwar hier ganz gut im Treffer landen, aber schieße halt auch vorbei und habe ja mit diesem Schuss erst mal nur die Hälfte ihres Lebens weggenommen. Und wenn sie weiter mit dieser Geschwindigkeit auf mich zuholt, wie man hier sieht, wird es halt richtig schwierig, sie zu versenken. Und sie hat noch zwei Leben, aber das war ihr wurscht. Sie ging voll in den Nahkampf und da musste ich mich da schon gegen den Aufprall hier schützen und hier versucht sie zu entern. Aber sie ist Level-5, wir sind Level-16. Die Chancen für sie sind da eher gering. Und ungefähr in dieser Geschwindigkeit ging dann auch der Kampf. Da könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Oh, jetzt sind wir auch schon durch. Die Crew wieder zufriedenstellen, die Moral war doch schon ganz schön am Boden und die Quest wieder abgeben. Bei Barati. Und die nächste Quest gleich mal abholen. The belly of the Great Eel roars with hunger. Will you help Barati to calm it? With joy, not hunger, does the Great Eel lash its mighty tail. D'Chila has sated the beast for now. The jaws of Tangaloa gnash about a Rauhataian captain named Ohairo. His cannon fire echoes in the years of slumbering gods. The beast cries out for a more restful dead fire. Hekira, you chose wisely. Ohairo sails the junk stone anchor south of the Kua-O-Rikuhu island chain due east of Neketaka. The gods will thank you for quieter seas. The next one is Ohairo. And in the one I've been already been in the past. And since I've been in the past, I've been in the past. I found him not here, where he was announced. He's been in the west of Neketaka. He's been in the west of Neketaka. He's been in the west of Neketaka. But he's only level 9. He has 4 cannons on the right side and left only 2 cannons on the right side. Dafür eine ziemlich große Mannschaft. Aber sollte für unser Boot eigentlich kein wirkliches Problem sein. Und ich schieße gleich auf den Rumpf. volle Kanone und über die Hälfte mit dem ersten Schuss schon mal weg. Das ist auch eine Ansage. Und ich schieße einen pawn. Und ich schieße vor Augen, woher ver. Ja, er bewegt immer seine ganze Crew in der Gegend rum, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil ich habe ihn keinen verletzt, also es war vielleicht nicht notwendig gewesen unbedingt das zu tun. Ja, aber der nächste Hit auf dem Rumpf hat das Schiff schon fast zerstört. Und der nächste Treffer, ich sage mal mit zwei Kanonen, sollte dann das Schiff auch versenken. Ja, er trifft mich auch viermal, ganz schön, ganz schön gut. Jo, und das wird ihn versenken, und zwar mit viel zu viel Schaden eigentlich, ohairo down. Und die Quest wieder bei Barati abgeben und die letzte der Piratenquests in diesem Spiel holen. Nogalowa grosses Fat an Outsider meat. The Great Eel swims toward Rafiq the Redbeard but the Principi Captain outpaces even the gods. Rafiq sinks Hwana ships for joy and plunder. This cannot stand. The great eel licks his mighty chops. No Rafiq by his Dao-Siren-Song, which haunts the waters south of Cookspar Island, northeast of Nikitaka. Kommen wir zu unserem letzten Ziel, Rafiq, the Redbeard, und der befindet sich hier, ich habe ihn gefunden in der Nähe von Danage, obwohl er angekündigt war, dass er südlich von Cookspar ist, also das ist schon sehr weit südlich von Cookspar. Er ist ein Level-11-Captain, hat eine Dao, und hat drei Kanonen links und rechts, und eine einigermaßen übersichtliche Mannschaft, aber auch er ist heute gegen unser Boot. Die sind in der Zwischenzeit komplett ausgestattet, ich habe ihm in der Zwischenzeit auch neue Segeln oder neuen Rumpf gekauft. Ne, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, stimmt gar nicht, was ich gerade sage, das habe ich erst später dann gemacht. Das heißt, der wird einfach keine Chance haben, weil wir einfach zwei Fünftel mehr Schaden machen wie er. Auch wie schon der letzte Gegner hat er 70 Leben am Rumpf. Ja, der Schaden war diesmal eher moderat, einer hat auch vorbeigeschossen. Gut, wieder mit vier Schießen, diesmal sogar noch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen, alle über 90%. Tatsächlich steht das Jitto-Pack aber wieder vorbei, zum zweiten Mal hintereinander. Ja, bei uns ist auch jemand verletzt worden, und zwar ein Kanonier, was natürlich ganz schlecht ist. Das heißt, da müssen wir mal schauen, ob wir hier einen Ersatz finden. Ich stecke den wertlosen Idioten in diese Position, obwohl er eigentlich überhaupt keine Fähigkeiten als Kanonier hat. Dadurch geht dann die Trefferchance nach unten, aber er hat immer noch eine recht gute Chance. Zwei Treffer, passt. Beim nächsten größeren Schuss sollte die Don Rafik eigentlich auch versenkt sein, wobei er uns hier auch ganz schön in Betröl hier bringt. 40 von 70 Leben sind weg, einige negative Effekte schon auf uns, aber die ignoriere ich meistens. Ja, und das hat genau gereicht, um Rafik zu versenken, und damit ist die letzte Piraten-Bounty-Quest erledigt. Bis zum nächsten Mal. Mit Parade sind wir fertig, aber im Serpent-Crown gibt es ja noch eine Bounty-Hunterin, von der haben wir auch schon zwei Quests erledigt. Aber zwei habe ich noch übrig gelassen, und die kommen jetzt noch im Rest des Videos. Die steht außerhalb, im Nordwesten, auf so einer Plattform. Und ihr Name war Nungata. What say, Hunter, I have an unusual challenge, seeing as the target is already dead. They call him the Steel Preacher. In life, he was a devout Magranite with a pet construct. Rather than accepting death and passing through Tangaloa's jaws, he paid an Anomancer to stuff his soul inside his metal pet. Now he is a metal terror, purifying travelers in flame. The trail of his destruction ends on an isle due south of Fort Deadlight. Das Steel Preacher ist unser Ziel, ist jetzt also eine Quest zum Kämpfen und der befindet sich südlich von Fort Deadlight auf einer Insel ganz alleine, hat tatsächlich auch einen Totenkopf. Wie immer ist es eine Map, in deren Mitte der Gegner plus diverse Kompanions warten. Die Delayed Fireball von Alloth. Ja, Remora kriegt hier einiges an Schaden ab. Nicht gut. Da habe ich jetzt ein bisschen spät reagiert. Wir sind auch immer noch drei Gegner tatsächlich da, der Steel Preacher hat noch kaum Schaden genommen. Es läuft dieses Elementar genau aus dem Ring raus, nachdem Alloth den Spruch gestartet hat. Gut, jetzt ist nur noch der Steel Preacher übrig, dessen Seele in so einem Konstrukt quasi festhängt, wo er sich da reinpflanzen lassen hat. Aber auch er ist jetzt kein zu großes Problem. Remora hat sich auch wieder erholt von dem ganzen Schaden, den er eingesteckt hat. Und dann geht das Steel Preacher down. Und die Quest ist erledigt. Mal schauen, was er dabei hat. Sicher wieder ein Unique Item. Was sagen Sie, Hunter? Was sagen Sie, Hunter? Always better to die clean than meddle in Soulcraft, I say. I hope the Holy Man takes a lesson to his next life. Uamoru is my final assignment. This one is a special request from High Places, Ikera. Uamoru is a pretender to the Kahanga Throne. He thinks himself deserving of Serpent's Crown, and is not above killing to wrest it away. One of the flowers sprouting from his head must have pierced his brain. He wouldn't be the first godlike you've encountered with delusions of grandeur. My delusions are well earned, I say. His small but spirited resistance makes port on an island east of Magran's teeth. Steer clear of his lion. They say that beast has a killing bite. Der letzte ist Uamoru, und es hat sich so angehört, als wenn dieser Kopfgeld direkt von der Königin kommt. Er befindet sich hier ganz oben, recht im Nordosten, unter Magran's Thief. Uamoru, the Pretender. Und er ist eine Gefahr für die Krone, er möchte ja gerne selber offensichtlich König werden. Und ja, da werden wir uns darum kümmern, dass der kein Problem mehr ist. Er ist offensichtlich ein godlike mit einem Löwen-Companion. So habe ich es zumindest verstanden. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Okay, Löwen sehe ich schon mal. Ich ziehe die mal nach oben, damit die nicht in dem Wasser kämpfen müssen. Gut, und der Löwe, sein Companion kommt tatsächlich auch gleich als allerallererste. Plus die beiden Panther hinterher. Und alle laufen sie immer explizit hier in das Feuer rein. Super. Aber ist auch wurscht. Die Panther sind fast down. Der Meng Wappa ist jetzt hier so die einzige Gefahr. Von Uamoru kann ich gar nicht erkennen. Entweder steht er irgendwie noch im Schatten unten rechts oder wir haben ihn gar nicht gepullt. Also irgendwas schießt er auf jeden Fall von rechts noch. Das können wir erkennen. Da ist er. Da ist Uamoru, the Pretender. Oh, Palagina. Fast down. Bisschen spät reagiert. Mit dem Heal hier. Schauen wir, ob er noch rechtzeitig kommt. Für Morrow down. Nach drei Gegner. Und jetzt ist nur noch die große Spore übrig. Und da sind wir durch. Auch hier gibt es wieder was. Amina's Legacy. Zweihandbogen. Als unique item. Und wir geben die Quest wieder bei Nugata ab. Kurz und bündig. Ja, das war's. Alle Kopfgeld-Quests in diesem Spiel sind zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. Die müsst ihr euch jetzt nicht mehr antun. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschau.